Hallo zusammen, Ei Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der Feind vor den Toren anzunehmen bei Jagdhauptmann Korain im Artenwald an dieser Position. Vorquest war vermisst. Solltet ihr noch weitere Fragen haben zu Vorquest oder Folgequest, schaut bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich komplette Questreihen am Stück aufgenommen habe. Unter anderem zum Erfolg aufgewacht Artenwald, da gehört auch diese Quest dazu. Außerdem habe ich in den entsprechenden Videos, bei den Beschreibungen, die Zeitpunkte eingetragen, an welcher Stelle ich welche Quests angenommen habe. So könnt ihr ohne langes Wunkelklicke eure Quest erreichen bzw. finden oder euer Unterverfolg. Doch hier bin ich auch schon. Quest ist abzugeben bei Dromani in Aliot im Artenwald an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen, falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte 2 und 3 ein. Weiterhin wünsche ich euch einen schönen Tag und gutes Gelingen. Ei Zocke Ende